Hey Fotofreunde, heute war ein echt toller Tag, ein tolles Shooting mit Patty und ich habe ausschließlich mit dem Tamron 70-200 fotografiert, zwischendurch noch ein bisschen geblitzt und auch teilweise mit dem Reflektor aufgehellt. Schaut euch das Shooting an, viel Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Video hier wieder, bis dahin immer gut Licht und viel Spaß jetzt beim Video gucken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.